Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Matchmaking Video. Heute gibt es was ganz Besonderes. Denn ich habe mein Setup verändert. Ich habe jetzt Streamlabs OBS. Denn mit dem alten hatte ich leider immer wieder so kleine Mini-Lags in den Aufnahmen. Und zwar sogar ziemlich genau alle 2 oder 2,1, 2,2 Sekunden. Immer wieder. Zap, zap. Wir hören erstmal kurz rein, dann erzähle ich gleich weiter. Die LHF dürft ihr nie vergessen, damit gewinnt man. Hello Team. I go away. Sehr gut. Neville ist bei mir am Start. Sehr, sehr schön. Ich bin Harry Potter. Was treibt ihr? Was treibt? Main is coming. Highway is coming. Highway blue. 2 Main. Nade in Main. Oh. Ich hatte immer wieder kurze Lags. Rick ist vor allem aufgefallen bei dem COD-Video. Denn er ist jemand, der auch gerne auf die Schönheit der Spiele achtet. Und er meinte halt, schade, dass es bei dir nicht so gut aussieht. Damit meinte er aber nicht die Auflösung oder eben die grafische Qualität in dem Sinne. Sondern es hat immer wieder geleckt. Ihr würdet jetzt hier auch, zack. Zack. Lags sehen. Ja. Aber die sind jetzt zum Glück weg. Vor allem, wenn ich an etwas entlang laufe, konnte man das sehr gut sehen. Dass das Spiel immer kurz stehen geblieben ist. Ich beziehungsweise einfach nach vorne geportet wurde. Ein paar Schritte. Das ist auch in den Streams zu sehen. Aber es ist, glaube ich, den meisten nicht zwingend nicht aufgefallen. Aber wahrscheinlich haben viele drauf geschissen. Gerade im Stream, in Livestreams ist es ja oft so, dass man vielleicht auch selbst Connection Problems hat. Und das dann gar nicht sieht, dass es einem nicht auffällt. Dass da gerade ein Leck war. Das hat mich leider sehr zermürbt. Mir ist es selbst vor zwei oder drei Wochen erst aufgefallen, dass da was im Busch ist. Alter, die Russian-Mitte. I gonna stay. Na ja, ich bin jetzt sehr zufrieden hier. Zumindest für den Moment mit Streamlabs OBS. Flashing B. Modeling B. In-game merke ich nichts. Also, dass es irgendwie besser flüssiger oder sonst was wäre. Ich hatte in-game nie Probleme. Oh, jetzt sei. Shit. I gotta run. I try it. You can do it, you can do it, you can do it. Oh, my God. Oh, my God. Pff. Was war mit ihm los, Alter? Incredible coordination. Ja, in-game spüre ich keine Verbesserung, weil in-game auch nichts schlecht war. Aber, äh, ich hoffe, das Video spricht jetzt dann für sich. Aber, da keiner von euch irgendwas diesbezüglich geschrieben hat, ist es vielleicht auch gar nicht so auffällig gewesen. Aber mich hat es halt echt genervt. Gerade in-coming. Mich hat es halt voll in-in-in Overwatches genervt, wenn man da genau zugeschaut hat. Alle zwei Sekunden. Blup. Und dann wieder. Blup. Abgefuckt, ne? Wenn man dann auch mal ein Video machen will, dass halt auch noch was aussieht, dann nervt das schon hart, ne? Das ist klar. Amen. Nice. Alter, wie ich nur die Assists einfach... Was das für euch eben auch heißt, ist, dass der Stream oder die Streams, denke ich, ähm, ja, auch nochmal einen Ticken raffinierter möglicherweise aussehen. Aber, dass es jetzt am Anfang auch ein paar Einstellungs-Streams geben wird, in denen ich halt rumprobiere, dass es, dass alles wieder so wie beim Alten ist, ne? Ohne diese kurzen Hängungen. Hier kann ich mit ein paar Klicks irgendein fertiges Overlay in den Stream reinklatschen. Was ich aber eigentlich nicht will. Denn, ihr wisst ja, ich lege Wert auf Konsistenz. Und eigentlich fand ich unsere, äh, frühere No-Overlay-Politik sehr angenehm. Da ist nichts, was die Sicht großartig versperrt auf den Stream. Keine farbigen, sonst irgendwas und leuchtenden Pipapo. Ich meine, sowas kann schön sein, aber ich brauche sowas halt nicht. Und sofern ihr es auch nicht braucht, ähm, würde ich es auch weiterhin weglassen. Ähm, ja, das war's eigentlich schon. Ich hab jetzt halt Streamlabs OBS. Also, falls jemand irgendwelche Fragen hat, ich meine, das ist genauso wie, wie das OBS-Studio. Von daher, wenn jemand Fragen zu Livestreams oder Aufnahmen hat, das ist eigentlich das Gleiche, wenn man das andere hat. Ich weiß auch nicht, warum mein Streamlabs, äh, Main, at least one, is coming. Ich weiß auch nicht, warum mein OBS auf einmal jetzt kackig geworden ist. Vielleicht war es überfüllt. Ich hab bei Walden mitbekommen, dass Sainz mitunter schon mal, äh, au, 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 etwas, etwas überfüllt war. Und deswegen, ähm, oh mein Gott, Lacks aufgetreten sind bei ihm. Bei ihm war OBS also einfach irgendwann mal so voll mit Szenenquellen und so weiter und so fort, dass es halt an der Gesamtsystemleistung gezogen hat. Mal, Whitebox. Uuuuh. Uuuuh. Natürlich hoffe ich jetzt, dass diese Aufnahme eben auch für sich spricht und gescheit aussieht. Äh, in der Vorschau, also in der OBS-Vorschau, da rechts, ist es halt nie, ähm, ist es halt nie perfekt. Aber die ist auch... Runterscaliert natürlich, ne? Wow! Oh, sehr gut. Der hat sich schon mal selbst gemoliert. Nachladen. Nachladen, bruh, 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 bruh. Ey, unser Kollege hat schon 15 Kills, ne? Was passiert denn hier gerade? Nice. Alter, wir bauen hier gerade echt die, die, äh, krassesten Games auf. Das ist das neue OBS. Ich hab vielleicht doch mehr, äh, mehr FPS oder sowas. Man weiß es nicht. Get this man a contract! Ey, ich spiel grad mit den absoluten Legenden, ne? Richtige Legenden. Ihr kennt's ja alle. Skr, Nevelis, Madeira und... Richtig edle Kerle. Main? Yeah, at least two. Oh mein Gott, naaa. Ganz gemeine Schweinerei hier gerade am Start. Naja, morgen, wie gesagt, ist dann trotzdem natürlich wie immer Livestream ab 18 Uhr. Aber ich werde, denke ich, davor diverse Livestream-Tests machen mit ein paar Einstellungen. Beziehungsweise ich nehme eins für eins die alten und, äh, äh, werde dann spätestens um 18 Uhr halt dann den ersten Test und zwar im Livestream selbst starten und dann einfach mit den Einstellungen durchziehen. Weil ich halt vorhin so viel mit dem alten OBS noch rumprobiert hab und in den Windows-Einstellungen umgerührt hab und was weiß ich, äh, werde ich jetzt auch hier nicht so viele Hardcore-Effekte reinmachen in die Aufnahme, ja. Also ich werde hier einfach zurechtschneiden und hochpumpen, damit ihr heute halt trotzdem zeitlich ein Video bekommt. Vor allem wollte ich auch, bevor meine Freunde nach Hause kommt, äh, fertig sein. Darum schnibbel die schnapp, zack, zack, bumm, rendern und hochladen. Der Stream gestern war übrigens richtig geil, wir haben ziemlich lange noch gemacht, weil meine Freundin dann noch etwas länger unterwegs war und wir konnten dann noch so ein bisschen in die Vollen gehen, haben viel erzählt, viel geschnaggelt und nach CSGO sogar noch drei Sekunden TTT gespielt. Wir haben gestern auch unser 99-Spiel gehabt und haben gewonnen, ähm, gegen Team Potato Aim, glaub ich, heißen sie. Kein Wunder, dass wir gewonnen haben. Wir haben erst auf Nuke gespielt und haben da 16-3 gewonnen und dann auf, äh, äh, Inferno oder wo es war? Was ist Inferno? Ja, auf Inferno gespielt und da haben sie 16-14 gewonnen. Aber insgesamt haben sie natürlich hart verloren, äh, weil wir viel mehr gewonnene Runden hatten. Darum war das erste 99-Spiel diese Saison, wir sind in Division 5, äh, eine nette Sache. Hat echt Bock gemacht. So können die weiteren Spiele gerne auch laufen mit leckeren Wins, ja. Und wenn wir, äh, Platz 1 oder Platz 2 belegen im Gesamt-Glasment, dann kommen wir auch in Division 4. Ach ja, und die Team-Aufstellung war Sneasel, Neondarki, Larry, Sebi und ich. Main down. Bomb down. Aber jetzt müssen wir wieder ein bisschen in das Spiel reinfinden. Ich habe jetzt etwas arg viel gelabert. Nice. Da hat jemand genascht. Ich habe es doch genau gehört. One main. Uff. It's coming. Das finde ich gerade mal gut, dass das Spiel so ein bisschen dahin fließt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wait, 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 hallo? Oh, ihr killgeile Snackerige, ihr Opfern einfach blocken mich fast zu Tode und killen mich dann auch noch. Und jetzt verlieren sie die Runde deswegen. Das war natürlich sehr, sehr klug, ne? Kommt, Jungs, bitte schnell durchziehen und nicht auf Teamkills gehen. Dankeschön. Nice. Oh, oh. So, komm noch ein bisschen IOP, dann ist gut, oder? Car one. Car. He's down. Die Runde war ja mal ganz in Ordnung und wenn wir jetzt ganz schnell den Deckel drauf machen könnten, wäre das auch mehr als in Ordnung. Denn jetzt sind wir schon bei 30 Minuten und das dauert halt dann auch seine Zeit, die Schneiderei. This spot is clear. Yes. Oh, no. Shit. Schade, schade, schade. Jetzt gehe ich mal schön auf B-Long und hoffe, dass endlich mal ein bisschen Luck reindrödelt bei mir. He's down. Na, also. Endlich duckt er sich mitten in meinen Schuss rein. Also, schöner kann es ja wohl nicht gehen. Das meine ich mit Luck. Die letzten Entscheidungen werden gefällt. Wir müssen jetzt was machen und zwar irgendwo anspielen und wirklich Runden holen. 12, 9 ist, ähm, hm. Ich würde echt nicht 100% nur auf Aim-Duelle gehen. Down. Down. Oh, ho, ho, ho. 2 AP. Okay, letzte Runde durchprügeln. Ab ins Bett. Hey, down one. I can jump. Man, 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 man. Oh, ist der Up-Rank. Langsam wünsch ich. So, vielen Dank für eure Kommentare und für die Likes. Richtig edel. Ich werde gerade heute dann wieder, also eher in der Nacht, weitere Kommentare beantworten. Edel, dass ihr so viel kommentiert. Das freut mich. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und, äh, für das Dasein halt einfach. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und morgen um 18 Uhr im Livestream. Haut rein. Jetzt kommen die Patreons und die Kanalmitglieder. Muah. Outro